Willkommen beim DreamHead Vlog Boom, was geht? Tja und das ihr lieben Sahneschnitt ist nicht irgendein Vlog, sondern ich bin ja auch verpartnern mit dem Radisson Blue An diesem wundervollen Hotel darf ich nämlich unterkommen die ganzen Tage Und das gestörteste, sie haben ja einen Geschenkkorb gemacht und es sieht auch harmlos aus Neben super viel Naschi und natürlich auch entsprechend einem liebevollen Brief Gibt es halt dieses wundervolle Prachtexemplar von einem Buch Das werde ich mir heute auf jeden Fall gönnen Bedacht werden muss aber, nicht nur der Blick in die Unendlichkeit Sondern, dass ich das erste Mal angekommen bin, chill jetzt ein bisschen schlafe und dann gehen wir morgen auf die Messe Auf die Messe! Also, gute Nacht! Guten Morgen Eigentlich dachte ich, das ist jetzt Tageslicht, aber es ist ja Winter, es ist ja immer noch dunkel Egal, erstmal fertig machen Naja, aber damit ich überhaupt erträglich bin, geht es erstmal in die Dusche So Leute, jetzt bin ich auch endlich wach Ähm, ich selber bin ja hier im Radisson Blue Das Ganze ist übrigens ein Vier-Sterne-Hotel Das beinhaltet nicht nur eine sahnige Regendusche Sondern natürlich auch fancy Spiegel, die ich jetzt natürlich leider alle versaut habe Naja, und da ich schon alt bin, ist natürlich ziemlich praktisch auch ein Telefon auf der Toilette zu haben So, und außerdem habe ich natürlich auch eine Kaffee- und Teemaschine in meinem Zimmer Überlebenswichtig! Naja, und wenn ich zeitlich auch nicht dazu komme Es sind selbstverständlich überall Steckdosen und an den Betten sogar mit USB-Anschlüssen Na, Handy und sowas muss geladen sein, Fernseher ist natürlich auch dabei Aber auch das sind Dinge, die ich wahrscheinlich nicht nutzen werde Ganz im Gegenteil zu folgendem Denn wie jedes gute Hotel hat man natürlich ein Fitnessstudio und sogar eine Sauna In die Sauna werden wir wahrscheinlich das nicht schaffen, aber das Fitnessstudio werden wir uns genauer anschauen Da ich aber aktuelle Caped bin, ist höchstens vielleicht Laufbahn drin Heute allerdings noch nicht Für mich gibt's jetzt aber erstmal Frühstück Naja, mega Hunger, normalerweise Intervall fast ich ja, aber während solcher Events gönne ich mir vorher bereits Essen Da es immer nicht einfach ist, auf dem Event selber gut an Essen ranzukommen Abhängig davon, wie Pausen ich habe Ich selber frühstücke tatsächlich sehr bunt, wenn ich so ein Buffet habe Ähm, bin so ein kleiner Specktyp mit Ei, um Fette und Proteine reinzukriegen Dann noch was Herzhaftes mit Brötchen und natürlich noch was Obstiges für die Vitamine Wobei es hauptsächlich Zucker ist, aber Kiwis sind wirklich sehr gut So, ich bin jetzt satt und da kann man bereits die Messe in Hannover sehen Das ist tatsächlich ein riesen Ding und das Red ist natürlich den Vorteil Super gute Anbindung, na, nicht nur mit der Autobahn, sondern natürlich hier auch direkt zur Messe selbst Und da jieten wir jetzt hin Der Weg ist natürlich zu Fuß easy machbar, auch wenn man sagen muss, dass das Gelände einfach, es ist einfach so riesig Es ist, äh, es ist völlig übertrieben, aber das Red ist direkt daneben Da ist es schon, Leute, Eingang Süd, wir sind natürlich sehr, sehr früh da Und ich werde mich jetzt mal umschauen und danach zum Crater Hub gehen und dann entsprechend Es ist so kalt, äh, ein bisschen streamen So, wir sind jetzt im Crater Hub tatsächlich Ähm, wir haben jetzt hier draußen dann entsprechend an der Booth entlang Äh, die ganzen Rechner Die kann man hier sehen Na, und ich werde mir dann jetzt entsprechend einen davon schnappen und, äh, mich quasi vorbereiten Ich muss ja OBS von den ganzen Booms einstellen und dann streamen wir ein bisschen Ja, wir zocken nachher noch eine Runde, Leute Look at that, das ist das neueste Spiel Ja, los Genau, da hinstellen Und dann mach ich so Guck Sehr schön Kein Ding Äh, ich bin Maxim Äh, ich brauche einen Kaffee Ja, eine ganze Kanne Ja Danke Alles funktioniert? So, Streamchen ist hier jetzt actually schon vorbei Ich werde jetzt versuchen, noch was zu essen zu besorgen War sehr, sehr cool Ich habe währenddessen 10.000 Bilder gemacht Ich bin jetzt hier noch in der hinteren Area, wo man so ein bisschen Luft holen kann Fiele mich jetzt und dann wird, äh, mit Henno, mit dem Präsidenten gecastet Aber wir wissen noch nicht genau, wo So, ich esse jetzt Guck mal da, Sven So, ich bin jetzt satt, äh, bin jetzt noch ein bisschen am Laptop und, äh, mach jetzt noch ein, zwei Sachen Und danach wird mit, äh, Henno als Präsident noch ein bisschen ein Dras Spandau gecastet Und dann bin ich heute fast durch und da führe ich jetzt noch ein bisschen rum Das wird der Plan Tadaa, Knabe raus So, ich warte jetzt auf den Herr Knabe Äh, Caster Setter, Sitz, wir machen ja quasi den, äh, Co-Cast, den Co-Stream Und wir können Ganz unten Du So viel zum Thema Noivan Jetzt Ah, Maschinen Ach, wer ist das denn? Wer ist hier Der rennt ja mittlerweile runter, der Brönymann Ist der Blöd Blödmann Daniel Blödmann Hast du dein Ist schon gut umgehend Äh, zweiter Tag, gestern war es sehr, sehr geil und heute wird es ein kleines Meet & Greet geben, neben den ganzen Rumgestreamer und sogar eine kleine Panel-Diskussion. Und schau mich in der Halle, gestern war es ja hier relativ voll, ich hatte wenig Zeit, heute kann ich euch ein bisschen den Creator Hub zeigen, das bedeutet hier gibt es ganz einfach mehrere Rechner, die aufgebaut worden sind, naja und einen von diesen Rechnern habe ich jetzt quasi zum Stream wieder dabei und heute wird es dann entsprechend auch noch das Meet & Greet geben. Da hier aber so viel rotiert wird an den verschiedenen Plätzen, muss ich erstmal alles einstellen, das bedeutet OBS und so weiter, dann wieder einloggen, dann wieder ausloggen, das ist ein bisschen hin und her, aber tatsächlich funktioniert das Setup hier sehr, sehr gut, was mich sehr glücklich macht, weil es ist ja eine übelste Halle und man kann mich trotzdem ziemlich gut hören. So, Stream vorbei, ging sehr, sehr schnell, jetzt geht's zu Meet & Greet zu Spotify. Ich glaube ich stehe jetzt nicht nur, ich stehe jetzt mal, dass es so eine schöne Alternation ist. Hoi, moin, ich habe mich ja nicht cool. Wir müssen wissen. Wir müssen wissen. Ich darf ja arbeiten manchmal, ne? Ja. Ne, und wenn ich jetzt Kontra K höre, denke ich immer an die Fläche. Ich bin jetzt sofort auf die Fresse drauf. Ja, ich bin jetzt sofort auf die Fresse drauf. Besser out, ne? Ne, so schlimm ist es nicht. Aber ich muss dann sofort an den Unterricht denken. So, der kleine Pimmel. Na, Kaffee bekomme auf der Bühne. Wir sind für heute jetzt durch. Ich muss jetzt noch ein paar sportliche Sachen machen und dann wird das ein geiler Tag. Ich habe jetzt noch eine Sache vor mir und zwar machen wir noch einen Gladiator-Run. Ich habe jetzt noch ein Stück weit gearbeitet und dann entführe ich euch mal so ein bisschen. Dann zeige ich euch mal die Messe. Haben wir noch gar nicht gesehen. Ich gehe aus dem Rumpen. Seid auf! Nein! Und so beginnt schon der letzte Tag. Ich bin frisch geduscht, jetzt geht's noch Frühstücken. Das Ganze würde Jonas Schmidt sein. Und dann kasten wir heute Teamfight Tactics. Auf der Mainstage. Das wird sehr, sehr gut. Aber erst mal Hapa into the Hapa. Oh mein Gott. Das ist jetzt schon fast cheating, muss man sagen. Vor allem die Items waren noch angeguckt. Alle gehen so weit rüber. Das sähe ja geil aus. Einmal so von sechs Geister. Er trifft auch noch den... Oh mein Gott, er trifft sogar noch den... Das heißt Brawler, der auch noch trinkt. Er hat seine Comp sofort. Hast du schon das Wort Overtime in deinem Leben mal gehört? Ja, hast du schon mal das Wort Execute gehört? Hast du schon mal das Wort Overtime gehört? Execute. Ja, Execute wird ja falsch berechnet. Guck mal. Oh mein Gott. Pass auf. Jetzt sind wir da. Und jetzt kommt ein Jumi Short, der macht 3000 Shards. Ich nehme alles zurück. Maxi Markhoff ist der klügste Mensch der Welt. Ist halt so. Boom. Schon bin ich wieder in Leipzig angekommen. Und ihr bekommt jetzt nochmal schön ein schönes Schnittbild Massaker. Und ich fasse das Ganze zusammen. Ich persönlich hatte nämlich wirklich sehr, sehr viel Spaß auf der Dreamhack. Es war zwar nicht so voll, wie zu erwarten, würde ich mal sagen. Das bedeutet, um die Jahreszeit ist es auch für mich ungewöhnlich gewesen, aber in der Messe zu sein. Das hat mir trotzdem sehr gefallen. Vor allen Dingen, weil der Kontakt zu euch sehr, sehr wichtig war. Mein persönliches Highlight war natürlich TFT. Und selbstverständlich auch das Eins-gegen-NNO-Spiel. Hat mir sehr gefallen. Und natürlich auch das Wiedersehen vieler Arbeitskollegen, die ich lange Zeit nicht sehen durfte. Ihr seid aber wieder das Zentrum gewesen. Ich hatte ja einige Fantreffen gehabt. Und der passendste Begriff auf der Messe war tatsächlich immer, dass es cozy war. Es ist nicht so gerammelt wie voll, wie auf der Gamescom. Und alles fliegt über den Haufen. Und man hat gar keine Zeit. Und es ist alles super eilig und super eng. Und irgendwie stressig. Und hier war es deutlich, deutlich entspannter. Ich konnte tatsächlich, und das ist krass, ich konnte Sätze mit euch reden. Das ist tatsächlich unmöglich gewesen bei vielen Sachen. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Kam mit euch quasi ins Gespräch. Die Fantreffen waren alle super, super schön. Alle waren so freundlich. Super respektvoll. Ich habe natürlich versucht, jedem sein Foto oder sein Autogramm und so weiter zu geben. Und für mich hat das alles sehr, sehr gut gepasst. Und ich bin unfassbar dankbar. Diese Dankbarkeit überträgt sich natürlich auch aufs Reddison. Also hier wurde mir wirklich einiges abgenommen. Die Hotels, dieses Hotel an sich, wo ich jetzt war, war natürlich fantastisch. Ist auch auf ganz Deutschland selbstverständlich verteilt. Die haben sogar ein Reward-System. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Da ich natürlich eventmäßig noch sehr, sehr viel unterwegs sein werde. Und generell ist es sehr, sehr schön zu hören, dass das Reddison Interesse am E-Sports und generell an dem Entertainment-Bereich zeigt. Das heißt, solche Partnerschaften sind auch auf lange Sicht sehr nützlich, weil ich als Influencer nur mal viel rumreisen werde. Und ein passendes Reward-System für häufigere Kunden gibt es sogar auch. Persönlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und es werden dieses Jahr nicht mehr so viele Videos kommen. Es ist bald vorbei. Dann werden wir natürlich noch das Wortsitz-Video haben. Und dann gibt es natürlich entsprechend noch den Jahresabschluss. Ich bin definitiv dankbar für alles, was ich hier quasi erleben durfte die letzten Tage. Es war ja quasi meine nachgeholte Gamescom in super schön, klein und kuschelig. Vielen, vielen Dank dafür. Hab noch ein wundervolles Weihnachten. Und genieß das Leben. Bye.